Willkommen zurück. Schnell, errichte deinen Stützpunkt an der Küste von Atlantis. Da ist gar kein Held drin. Da sind die Held. Oh, ich habe sogar Odysseus mit dabei. Wild. Ich weiß nicht, ob der im Original mit dabei war. Aber man braucht den Entfernenkampf, ne? Ich glaube nicht. Ich bin 1,5 Jahredi. Ja, okay. Jetzt sind wir alle down. Hättimos. Rostag. Rostagma. 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 Die Argo. Und die Argonauten. Oh, einer lebt noch. Das finde ich gut. Rostagma. Rostagma. Okay, der verbündete Turm sieht mich. Und dann gehe ich da mit den anderen da drüben an Land. Rostagma. Rostagma. Ich sollte aber zuerst die Helden erstmal an Land bringen. Ich glaube, das war am einfachsten. Rostagma. 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 Burome. Esto. Kehrt um, Atlanta. Ah, macht es für ein Meteor. Rostagma. Rostagma. Weil es eher mir seine eigenen Leute getroffen hat. im wiener die meine katapulte nicht kaputt gegangen und erblüht uns mal prozent das erinnert man sich in der hohrauch und die vorliegt nebenbei dann durch das angeboten hat er Weil die Entfestungen so viele Lebenspunkte haben, aber tatsächlich nicht. Also habe ich mal gehört. Bei der Valkyrie, die heilt mal. Ah, da ist das andere Katerpult. So. Wie viel Holz habe ich denn? Ich habe 1500. Okay. Okay. Das wird jetzt kurz ein bisschen tricky. Die sollen immer von vorne bauen. Wieso ändert sich der Cursor da eigentlich nicht? Das mag ich nicht. Aber ich glaube, das ist so ein Ding, das habe ich gerade am Anfang schon bemängelt. Weil ich schon von Anfang an so war. Aber, naja, das ist ja egal. Das ist ja nicht so wichtig. Ähm. Boah, baue ich jetzt schon an. Bevor ihr euch fragt, ich will halt die Häusergrenze jetzt erreichen. Weil da kriege ich ja dann nochmal free Häuser. Und das wäre mir ganz wichtig. Und das wäre mir ganz wichtig. Ah ja, die bauen da schon mal. Können die hier ja schon mal das Dorfzentrum eigentlich errichten. Wie gesagt, Priester wären vielleicht cooler gewesen, aber das wäre eigentlich eine Lüge. Die fallen halt beim ersten Schlag halt eigentlich schon wieder um. Zumindest, wenn ich die halt in eine andere Kultur habe. Ja, ich habe so ein Ding. Ätimos. Prosteche. Oh. Ätimo. Prosttagma. Das ist eine Triräme. Aber ich habe auch Triräme. Also, und ich habe die Argo. Prosttagma. Läge. Ätimos. Läge. Rettet so viele Atlanta wie möglich und bringt sie von der Insel. Läge. 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 Wo genau kommen die denn her? Haben die da drüben einen Stall oder was? Prost. Die fangen halt jetzt natürlich erst an mit den Angriffen. Läge. Wo ist denn auf einmal der Turbenreichweite? Ätimos. Prosttagma. Läge. Ätimos. Läge. Ätimos. Da können gleich auch noch die... Ätpan. Fuh. 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 Gucken wir jetzt einmal nach da drüben. Läge. audiobooks. Arthos. Oder die Kamper Transportstufe her, das kann natürlich auch sein. Prosttagma. Läge. Touf. Fuh. 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 Boah, was tue ich denn als erstes? Wir setzen erst mal die Dauerschneifel. Dann baue ich, glaube ich, mal gleich hier mal eine Festung hin. Mit der Valkyrie kann ich mal... Na ja, die kann die heilen. Das finde ich gut. Also, soviel ich mal gehört habe, kann man tatsächlich... Achso, wegen dem blöden Tooltip. Kann man tatsächlich mit der... Könnte man hier den Zugang zur Unterwelt, da man den ja öfters casten kann, benutzen, um hier die Atlanta zu befreien. Rettet uns. Aber da würde ich tatsächlich erst mit einigen Einheiten erst angreifen. Wobei ich aber mal mit den Katapulten eigentlich die Tore... äh, nicht die Tore, sondern die Türme angreifen kann. Ich finde das cool, dass die aber auf diese... äh, Kampfschöpfe drücken. Äh, komm, ich brauche gleich mal da oben, dann gleich zur Militärakademie hin, bei den Häusern. Geht auf die Türme. Geht auf die Türme! Wo mich denn mal Ajax dahin? Ich kann auch Petropolis noch machen. Das wäre in dem Fall gleich mal ganz gut eigentlich. So, die reparieren jetzt erstmal hier den... Na, jetzt habe ich kein Holz mehr. Komm, Petropolis! Auf die Akademie! Ich würde sagen, okay, auf Mittel ist es eigentlich bis jetzt ganz angenehm. Auch schwer hätten die mich mit... Die hätten mich auf... Oder auf Titan hätten, die mich ja mindestens schon dreimal angegriffen. Komplett safe. Ach, die haben da unten eine Werft. Und dann sind es Güller. Wobei ich aber auch sagen muss, die Jötuns sind halt jetzt eigentlich richtig effektiv gegen die ganzen. Weil die halt einfach mit ihrem Spezialangriff halt mindestens eine normale, äh, Militäreinheit töten. Und die sind halt die Tanks hier. Oh ja. Ich nehme dieselbe Reichweite. Die schicken wir mal erstmal da hin. Ne. Es. Es. Wollum. Es. Mal. So. Proseche. Lege. Die greifen mal da drüben an. Au wei, ich kann mit denen eigentlich da rüberschießen. So. Proseche Georgos. Was. Joach. Lege? Vri. Tomos. Prost de magma. Mal. Vri. Toms. So wir gehen wieder auf den zehn erstmal. Ich muss da ihn auf einen Korn sprechen, ich muss da ihn auf einen Korn sprechen, ich muss da ihn auf einen Korn sprechen. Ich muss da ihn auf einen Korn sprechen, ich muss da ihn auf einen Korn sprechen, ich muss da ihn auf einen Korn sprechen. Ich muss da ihn auf einen Korn sprechen, ich muss da ihn auf einen Korn sprechen, ich muss da ihn auf einen Korn sprechen. Da sind die Militsoldaten. Ja, was schießen die, auch nach da oben auf die Militärakademie. Die fette Ziegen kommen schon mal weg. Das ist ein Korn. 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 Äh, Anastrophe. Ach komm, das mach ich mal. Muss auch mal ein Tempel bauen, da kann ich meine Reliquie mal verstauen. Wo sind eigentlich meine ganzen, äh, Walküren hin? Hab ich nur noch eine, oder was? Natürlich jetzt blöd. Äh, da kommt mal ein Tempel hin. Und da drüben kommt ein Tempel hin. So, dann verbessern wir erstmal meine Leute. Und ich mach gleich mal ein paar Helden noch. Also das Szenario ist bis jetzt, würde ich sagen, auf Mittel wäre es mir auch wieder zu leicht. Ein bisschen easy eigentlich. Und ich schicke ich mal da hin. Prost, äh. Prost, Agma. Ähm. Ach komm, ich baue jetzt hier meine Waffenkammer hin. Dekton, Dekton. Ich will dann auch noch kurz gucken, was hier ist, weil hier müsste noch mindestens ein Turm sein. Stimmt, da hatte ich jetzt Weta. Ah, ich kann auftecken. Boah, nehm ich die Schatzkammer? Ich glaube, ich will aber die Schatzkammer eigentlich haben. Schick, Medusen. Medusen kostet nur Millionen erzeugen. Das finde ich halt so stark. Inhaltens schneller zu bewegen und anzugreifen. Und Fernkampfangriffen. Schwindigkeit. Und natürlich hab der Gorgo. Die Wittersturm ist gut. Die Schatzkammer, die Schatzkammer ist halt so OP an manchen Stellen, ne. Und die Kolosse, die Kolosse brauche ich halt eigentlich, sagt, in der Mission gefühlt mehr als Gorgonen. Ähm. Oder als die Medusen. Weil die halt vor allem Belagerungsdamage machen. Komm, wir gehen auf die Festers. Ja, wir haben jetzt mal die Säuft um. Die Säuft, der der Mati säuft. Aber das Tuchy mag aktuell immer sehr gleich. Wie viele Leute hab ich jetzt die... Ich hab da welche, ne. Ich hab hier. Wir machen da noch ein Felsmann. Da noch ein Felschen. Und da noch ein Felschen. Dann kommen wir auf 20. Die schicke ich zum Beten hin. Und dann bilde ich nochmal fünf Leute aus. Warum stehen da auch die Leute oben? Ne, die Dachshund, da will ich nicht mitnehmen. So. Die sind alle wieder voll. Gefam. Finden wir mal die heilenden, ähm... Ah ja, da sind auch nochmal welche. Unser Mann ist cool. Argo. Fink das mal. Die Dachshund, aber entweder Treffen, die hat einfach nur schlecht. Oder die Dachshund sind eigentlich schon recht stark gegen Schiffe. Ja, das kann ich natürlich relativ schlecht beurteilen. Ich hab auch Minotaurern. Unter Manticore. Oder Manticora. Je nachdem. Und nochmal ein paar Hoppliten. Wir haben einen Koloss. Weil der Koloss ist halt ne gute Edition zum Jotun eigentlich. Wo ist es zum Jotun? Die sind halt aber tatsächlich Angriffs-Wise halt einfach stärker. Also mehr Lebenspunkte, mehr Base-Angriffs... Okay, er macht halt mehr Belagerungs-Damage. Er hat aber dafür einen Spezialangriff. Seine Spezialfähigkeit ist ja eben nur, äh... Dass er sich heilen kann, indem er Bäume und Gold isst. Würde ich jetzt generell jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist. Aber es ist halt für den Kampf so... So, hmmm... So, dann erforschen wir gleich mal da die Kolosse. Äh, Bälle aufwohnen holen wir auch. Ähm... Und Kost für alle... Äh, das ist wichtig. Wir wollen natürlich, dass alles weniger kostet. So. Die Schatzkammer setzt sich gleich da unten hin. Ah, die haben auch Kolosse. Ausführung. Tapean. Lege maulome. Lege rostagma. Lege mal vune esto. Mane estu. Ateimo. Rostag mal vule mal numbnista. Lege. Prosichesne vule. Okay. Ömm... Ach komm, ich mach jetzt nochmal ein paar Logko. Ich mach immer damit 10 of die Woman. Prosichesnes maestu. Ich will auf so ein Total von 15 Leuten kommen, die beten, würde ich sagen. Das ist so das Ziel, was ich mir jetzt setze. Da machen die jetzt erstmal nochmal ein neues Lager hin. Weil die sollen halt nicht alle extra wieder nach da drüben rennen. Das sind die Laufwege viel zu lang. Olympische Waffen. Zack, zack, zack. Und wir machen hier alles durch. Wir erforschen alles durch. Warum kann ich die nicht? Achso. Ich hatte nicht mehr genug Gunst. Ich bin das halt so durch die, ich bin das halt jetzt irgendwie so durch die Wikinger gewöhnt. Weil die ja immer ständig Gunst bekommen, indem sie halt kämpfen. Ah, nicht genug Gold. Elite kriegt Schiffe. Oh, ich hab einen Karkinos. Oh. Exklusiv beim Tod. Okay. Wusste ich gar nicht. Prostet hier. Hab ich noch eine Valkyra? Ja. Die können aus dem Tempel gehen und sich daher einlassen. Dann ziehe ich die mal da drüber. Prostet im Wunemalista. Tekton. 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 Komm, dann mach ich da noch drei Felder hin. Und die Ziegen gehen mal da drüber. So, die Valkyra, die heilt jetzt hier einmal. Das sind meine Belagerungswaffen. Prostet. Tekton. 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 Brose in der Qu secretion. Dann muss ich dir nochmal das Ding abgeben. Was geschafft hat. Was kann denn da eigentlich ambush the fλα провhistoire? AutocAMA. Ohhhhh. Man könnte sagen es waren nur meine ... Das war nur meine Vythropoulis aber ... Die dich trotzdem gerne behalten. Jetzt hier sind wir alle in die Nähe von den Tempeln. Ja da oben sammeln sie ihre Einheiten. Ich sehe sie genau da hinten bei den Dorfbeboden, was mich irgendwie stört. Und jetzt tritt das erstmal weg. Bam. Brauchen wir mal ein paar Leute, die sich bauen. Ach komm ich delieb das mal. Ich habe jetzt vor allem wenigstens noch ein paar Dings bekommen. Ein paar Milizsoldaten. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar Tox-Toten raushauen. Oh mein, ah ne mein Koloss ist noch da. Ich würde sagen mein Koloss ist tot. Ah, ja gut. Ich habe nicht so viel Gold. Aktuell. Die sind aber auch sehr Gold intensiv. So, die Tox-Toten machen wir noch. Ne, Nesto. Äh. Lege. 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 Etimos. Immer noch 20. Prostagma. Ja, dann machen wir ja so. Wuh. So. Au, die hat es auch verbessert. Das finde ich ja richtig geil. Lege. Wuh. Lege. Das finde ich gut. Tekton. 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 Lege. Etimos. Und da drüben werden auch nochmal Türme. Etimos. Prostagma. Prostagma. Lege. Etimos. Prostagma. Da habe ich Elite-Schiffe. Komm, hier machen wir nochmal zwei. Äh. Wo ist denn die Valkyrie schon wieder? Auch da drüben. Hier halt mal meine Schiffe. Prostagma. Das lassen wir erstmal. Prostagma. Prostagma. Dann haben wir da gleich nochmal zwei Türme. Vulome. Etimos. Näh. Malista. Dann fahren wir da gleich noch zwei Türme hin. Tekton. Näh, ma ne. Tekton. Prostekton. Prostechekton. Lege. Lege. Machen wir erstmal ein paar Toxoten. Zempel können wir da auch noch so machen. So, jetzt machen wir Brieftorben und das Öl. Ich fand das Icon für das Öl früher immer richtig weird eigentlich. Ich hab da nie so wirklich raussehen können, was das eigentlich ist, aber... Oh, ich kann in eine neue Schatzkammer setzen. So, jetzt kann ich noch mehr Sachen entwickeln irgendwo. Die sind gerade so entwicklungsberühlig. So! 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 Prostagab! So! Wo sind eigentlich die ganzen Heroes wieder, von uns der BDF-Hero Squad. So! Da sind dann natürlich auch die griechischen Helden dabei, aber das ist ja eigentlich egal. Ah ja, kommt ja gerade rechtzeitig. Die koatieren sich mal gerne mal ein, sonst sind sie tot. Nein, mein Rächer! Ah, mein Rächer hat's überlebt. Dann könnte ich ja auch noch eine Festung mit ein paar Türmen hinsetzen. Die befreien jetzt erstmal die Ziegen. Freiheit für die Ziegen! Können die Hippolyte angreifen? Geh, Pam. Dann greifen wir da unten an. Dann kann ich eigentlich schon mal ein paar Dorfbewohner vorbereiten. Wobei, ich kann die Goldleute theoretischerweise eigentlich überschicken. Und ich würde eigentlich noch mal ein paar Dorfbewohner haben für... ...und dann brauche ich jetzt erstmal da eine Festung noch nebenhin. ...für den Fall, dass die wiederkommen. Und dann natürlich... Hätten wir. Voll. Läge. Läge. Ich würde da so nachher hingehen, dass sie da in den Nachkampf angegriffen werden können. Das finde ich ja eigentlich schon wild. Dann fahr ich aber mit denen mal vor. Und ich nehme jetzt... Die vier von den Goldarbeitern, die nehme ich jetzt mit und setze sie wieder rüber auf die Insel. Die beten jetzt, damit ich 15 Beete habe. Ich kann auch noch einen Wall hinbauen, wenn ich es wollte. Einfach so random diesen Wall um diese Häuser rum. Oh, da oben. Ach ne, das ist eine zerstörte Festung. Das sind auch Lebenspunkte. Die werden aber nur angezeigt, weil ich in den Optionen eingeschaltet habe, dass man die Lebenspunkte sehen kann. Weil wenn die fertig sind, dann holen sie sich die Goldmine. Und die da. Ja? Prost. Wohin mir da ist erstmal drauf zu einem Moment. Lege. Prost. Istvoli. Ättime. Ich glaube, das müssen wir eigentlich schaffen, ne. Der Fist fight. Lege. Istvoli. Lege. Es waren nur noch drei. Tekton. Possiert. Götze. Es war. Ich bin die gegenwärld. PolAL Agzen. Ich bin grabber. Hết raus. Und ich liebe dich. Ah, das helps leben. twoah! Tut mir aus, super! Hierfur? Entbe вот so! Arthros Arthros Und diese Dorfbewohner retten und sie von ihr fortschaffen. Nein, meine Katapulte. Ach shit, das sind die Häuser dann kaputt. Fucking Jagger Rensis. Und neue Petropolis. Und die Türme dann, die sind beschädigt. Das werden jetzt irgendwie ein bisschen viele Einheiten gerade. Die sollten mal ihren Fokus da draufsetzen. Ich würde es da hinten eigentlich. Wobei auf die Tempel... Doch, steck mal. Das sind jetzt gerade kein gutes Ende. Das war's mit den Hilfstruppen. Aber weil zum Glück kommen da wenigstens einige... Schnell einige raus. Ich glaube, ich setze jetzt auch mal ein bisschen auf Kavallerie. Auch wenn das eher Poseidons Domäne tatsächlich ist, aber... Dann machen wir mal zehn. Dann machen wir mal zehn. Ja, gut, ich finde hier nur über zwei, was das angeht. Das müssen wir jetzt im Schutze der Verteidigungen machen. Ich kann da unten auch noch ein Dings eigentlich hinbauen. Noch ein paar Pogromos. Einfach als Konter. Da habe ich den Großer meine guten Einheiten verloren. Das ist sehr schade. Aber es war mir klar, dass das passieren wird. Tatsächlich. Es gibt immer den Punkt, an dem, egal was passiert, und der Zero-Scout liegt da oben. Ich setze ihn mal da auf die an. Mit den Kupferhauben. Jetzt haben wir aber schon mal so ein leicht, wieder so ein schlagkräftigeres Heer, würde ich behaupten. Ähm, waren zwar Kolosse und vor allem noch ein paar Manticore und noch... ...wieder diese kostenintensiven, goldintensiven Kolosse. Da kommen wir doch schon wieder. Da kommen wir doch alle wieder angerannt. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Oh, nice, das ist das alles. Ne, die gehen jetzt dann gleich alle wieder runter. Kommen wir runter zu den Beteiligungen erstmal. Da können sich dann auch einige der Infanterie-Einheiten dann erstmal heilen. Ne, ma es, wullo me, esto, ne. Lege, wursani. Wullo me. Prostagma. Prostagma, wullo me, ne. Vielleicht mach ich auch noch ein paar Hippie-Cons, das weiß ich aber noch nicht. Ein paar Hippies. Vum ne. Etimos, wullo me. Prosest, ne, est, ne, vum ne. Lege, orthos, pan, orthos. Lege, orthan, wullo, orthos. Prostagma, lege, pan, wursani. Etimos, prostagma, orthani. Etimo, vu, esto. So. Ein paar Hippie-Spisten und noch ein paar Pliten. Petropolis und ich mach jetzt auch ein paar Helepolis. Warum sind die Helepolis leer? Ja. Der Feind kontrolliert sie, haltet sie auf. Lege, wullo me. Lege, wullo me. So. Ja, mehr können wir da nicht tun. Etimos. Da liegt er. Unser A-Jagd. Etimos, orthan, orthos. Prostagma. Ah, die Holzwälder haben kein Holz mehr. Aber da hinten ist noch einige an Holz. Boah, wir sind bei 42 Minuten schon. Holy shit. Ich hab nicht gedacht, dass ich jetzt schon so lange hier einfach so rumgespielt hab. Etimo, wulles Malista. Wobei, wir speichern vorher. Wulles Malista. Ich weiß nicht, warum jetzt dieses Ein Held ist gefallen kam, aber... Vielleicht wollte ich mir einfach noch mal sagen, so hey, du hast da so ein paar Helden. Die liegen da noch so rum. Wäre ganz cool, wenn du die mal aufhebst. Was sag mal? Fange vor, ich kann los. Die gehen jetzt erstmal nach da oben. Die greifen da die ganzen Einheiten an. Shkagi hat eine Zitadelle verloren. Die Gefangenen, die kommen mal da runter. Oh, darum kommen sie mit ihrem Kaken noch. Ich hab aber auch noch einen Kaken noch. Lege. Rostag. Lege. Hettinos. Lege. Rostagma. Oh, da kommt die Bewährungsprobe. Der Lampitropoulis. Die flucht. Rostagma. Lege. Wollwes Malis. Wollwes Malis. Wollwes Malis. Wir müssen diese blöden Heterios da wegkriegen. Die Helden gehen jetzt erstmal nach da oben. Jetzt sammle ich erstmal wieder meine ganzen Einheiten. Ja, Ajax und Odysseis, die haben das schon mal ganz gut gemacht. Oh ja, da oben sind auch die Gefangenen bei den Hüterinnen. Da würde ich jetzt aber tatsächlich wirklich die, ähm, nur die Helden mitnehmen. So, wir schießen erstmal hier den Hafen kaputt. Und dann kommen die hier mit keinen Schiffen mehr. Ist der Hafen kaputt, gibt's auch keine Angreifer mehr. Wäre ja schlecht im Sinne. Ich meine, meine Transportschiffe zu spüren. Binnen haben sie aber auch noch einen Hafen. So, die Gefangenen kommen erstmal alle nach da unten. Da oben sind auch noch welche. Ah, da unten ist die Festung. Nein, mein, mein, kack ihn aus. Jetzt greifen sie da unten die Festung an. Oder um. Ach so, und Ajax ist da unten. Ach, das ist mein Hafen. Oh, das ist mein Dorfzentrum. Cool. Cool. Rostabahn ful' an ful' ome. Lej orz ful' orfani. Hättimus ful' orfani. Orz ful' an orfani. Orzos. Rostabahn ful' orz ful' an orz ful' orzos. Hättimus ful' ome. Orz ful' ome. Rostabahn ful' orz ful' ome. Rostabahn ful' orz ful' ome. Rostabahn ful' orz ful' ome. Ach, die haben da unten Petropolis. Lege wohl est. Rostabahn ful' orz ful' ome. Und die greifen mal da an. Dann können die sich auch um die Petropolis da unten kümmern. Rostabahn ful' orz ful' ome. Rostabahn ful' ome. Die Gefangenen kommen da runter. Die wollen mir jetzt da ein Tempel hin. Das Tempel haltet an meine Einheiten erstmal. Am Ende wegziehen sie dann am Tempel rum. Das finde ich immer ja ganz lustig eigentlich. Lege. Prostabahn ful' ome. Rostabahn ful' ome. Hättimus ful' ome. Ne, ättimus. Lege. Mane. Es ne. Mane. Esto. Ne. Ist's kalos. Nein, meine Petropolis. Etimus. Rostabahn ful' ome. Äh, ha. Ne. Rostabahn ful' ome. Rostabahn ful' ome. Ja, das beten sie erstmal am Tempel. Etimi. Etimus ful' ome. Werden sie erstmal alle geheilt. Das dauert halt jetzt natürlich eine ganze Weile. Etimus ful' ome. Da schicke ich aber erstmal die Leute hin. Aber ich kann auch einfach mal kurz mal hier den Kasten. Achso, das sind die Gefangenen. Ich dachte gerade, das sind hier wieder meine, ähm... Aber die haben ja auch ein bisschen... Próseche! Ästu! Tektekton! Äthi, ne, malista! Ach, kommen die Venn jetzt auch Holzfäller! Ritomos! Próseche! Malvoune! Malvoune! Der hat über 10.000 Gold, also... Ne, malvoulome! Läge! Ne, malvoulome! Ach, ich hab eigentlich genug ressourcen von allem! Próseche! Östagma! Äthi, ne! Läge! Sie hätten hier 15 Atlantische gefangen, ey! Das hab ich ja eigentlich schon! Läge! Próse, ne, malvoul malista! Voul ne! Voul estu! Is valos! Aber da hinten sind auch noch welche! Ich will alle retten! Wir wollen alle retten! Próse, voul an orthos! Voul orthani! Orthulome! Also marschieren wir da auch rein! Komm, ich sammle mal... Ja, hier jetzt noch mal ein paar... Machen wir Minotaurern! So! Metropolis machen wir! Sack! So, Tasten machen wir auch gleich! Und ich mache ein paar Hippicons, komm! Und Mimidone können wir auch gleich machen! Und Herakles auch noch! Läge! Einmal einen neuen Herakles, bitte! Hettemus! Hettemus! Prostachma! Prostachma! Hettemus! Prostachma! Hettemus! Prostachma! Hettemus! Prostachma! Prostachma! Läge! Prostachma! Läge! Prostachma! Läge! 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 Hettemus! Ich mach ihn 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 Ach komm, dann machen wir den Zugang zu Unterhalt Aber ich glaube, die kriegen das da schon hin, oder? Ich glaub's auch Wir haben jetzt mal einen dritten Schatz, kann man hinstellen Aber ich glaube, ich will das gar nicht Oh, jetzt hab ich sie wieder zurückgeschickt Ich mach ihn Ich mach ihn Ich mach ihn Ich mach ihn mal gucken, ihr müsst das reich, ihr müsst ihn ja easy töten ja easy one hit und so, ne? lege manne es manne dann haben wir noch ein Petropolis die schicken wir wieder nach da unten die Armee von Herakles angeführt, die greift es da oben an dann befreien wir die ganzen Atlanta das ist jetzt am Ende, da habe ich mir nicht mehr so ganz überstanden lege manne es gut, ne? ne, ne, ne Los geht's gut Les go, let's go Warum rennen die da jetzt außen rum? Die wollen die Türme angreifen. Die fotten die Türme und wollen natürlich instant da hin. Die haben natürlich den High Ground. So wie einst Anakin. Nicht? Malista. Leegne. Malista. Lege. Wurthos. Etimos. So haben wir 29 Gefangene. Die passen auch alle auf ein Transportschiff. Und die bringen wir danach da drüben. Doch diese einsame Insel da hinten. Werden wir jemals erfahren, was dort hinten ist? Wahrscheinlich wieder eine ganze Menge Häuser, ne? Oh ne, das ist eine Reliquie. Mist, ich hab nicht mehr gesehen, was für eine Reliquie war. Äh, ja okay, das war's. Also ich würde sagen, Mittel war jetzt nicht so anspruchsvoll. Also ich glaube, das Academy-Mission kann man schon auf einem höheren Spielkreis gerade spielen. Ähm, wenn ihr, wenn ihr sagt, aber du hast doch am Anfang deine ganze Armee gesacrificed. Ähm, wenn ich ein paar mehr Einheiten gehabt hätte und ein bisschen mehr Prioritäten gesetzt, äh, worden wären, ich glaube, dann wäre das relativ schnell vorbei gewesen. Also, ich hab ja nur diese Starteinheiten gehabt, ein paar mehr, äh, fünf Militäreinheiten ausgebildet und am Ende hab ich dann alle irgendwie random da reingesuicited, also, ne? Es wär besser gewesen, wenn ich gewartet hätte, ne? So, so, so einer wär das gewesen, ja. Aber, gut.